Die Trixi Heintierbedarf GmbH & Co. KG wurde 1974 von Bonnick Hansen als Ein-Mann-Unternehmen in Schleswig-Holstein gegründet und beschäftigt heute über 300 Mitarbeiter. Als Marktführer beliefert Trixi regelmäßig ca. 5000 Fachhändler in Deutschland mit rund 6000 Artikeln für Hunde, Katzen, Vögel, Kleintiere, Fische und Reptilien. Unterschiedliche Produktlinien werden von der Skizze bis zur Verpackung im Haus entwickelt und genügen höchsten Qualitätsansprüchen. Das umfangreiche Trixi-Sortiment wird in über 60 Länder exportiert. Die gesamte logistische Betreuung und Abwicklung erfolgt vom Standort in Tarp. Die Lagerkapazität umfasst heute 70.000 Palettenstellplätze auf einer Fläche von 42.000 Quadratmetern. Der hohe Service-Standard, den Trixi bietet, liegt nicht zuletzt an der guten Zusammenarbeit und Motivation der Mitarbeiter. Trixi setzt auf modernste Technik, hohe Lieferfähigkeit und kundenorientierten Service. Die Weichen für weitere Expansionen in Deutschland, Europa und Übersee sind gestellt.